Denkt daran, euer Audio anzuschalten. Pasi, machst du eine schöne Begrüßung? Imaginäre Zuschauer. Ja, die Null. Die Null. Die Null. Hast du dich gerade selbst angesprochen? Oh, geile Map, geile Map, geiler Spielmodus, geile Stimmung, ja! Los geht's! Alter! Alter, was denn mit dir? Ich muss die Kills machen! Headset! Headset! Dass du das selbst nicht abfuckst als für alle 30 Sekunden Headset! Ja, komm, 30 Sekunden übertreibt man nicht. Headset! Sorry, war spät dran. Jetzt sieht man, äh, man sieht den Rang aber nur bei Lockram. Bei, bei Rang, äh, nicht. Klasse. Finde ich gut? Ja, stimmt, da hast du vorher keinen Schiss, ne? Kein Bolzen in der Hose! Halt den Maul! Er spielt offensiv! Kacke! Kacke! Kacke hier! Kacke hier! Da, genau hier, die Tür jetzt, Kacke! Er spielt offensiv! Er spielt defensiv! Ich, ich, ich! Also nein, ich... ich habe ich dann oder wie du ruhig erst mal defensiv okay das möchte ich jetzt auch nicht alle wo bist du hin bleibst du da hinten ich mach mal meine wände und dann ticke ich die lage mal ja aber ich würde hier eine zu machen was der raum ja ja dann macht zu ich glaube die kommen dann im raum selber habt ihr es schon offen aufgehecht oh haupt oh fuck Morin hat schon echt ein Feuer gefecht Ich stehe eigentlich nicht gerade optimal hier Einer steht auch an der Küche Also an der Küche, typisches Blackbird An dem Küchenfenster Ja, Stani-Fenster Kann einer gerade ein bisschen Kameras checken? Ja, ich war gerade ein bisschen Kameras, obwohl ich offensiv war, aber das ist zu riskant Ja, aber... Ich kann auch nicht Die drohen Küche, jetzt kommen alle hin, glaube ich Ja, ja, bei mir Aber ich glaube, das ist Blackbird Wenn ich jetzt aufstehe, kriege ich so krass ein Handy Der ist da Der ist drin, der ist drin Oh, ich habe 17 AP Wo ist der denn? Muss der denn markieren? Er ist bei mir im Raum Den zweit, den zweit Ich habe ihn Kommt mal reiner rein, kommt mal reiner Kommt noch einer rein Der war gerade eben da Ich bin da Ja, er ist wieder da Er ist jetzt hinter uns irgendwo Also bei mir im Raum weiß ich nicht, wo sie sind Also ich liege hier auf dem Boden Beim Fenster Ja, scheiße, jetzt Ich glaube, Falltür wurde hier gesprengt, Lukas Ja, hier wurde gesprengt Ich haut jetzt rein Ich haut rein What the fuck? Brunnenloch hinter dir Ah, fuck Bei Falltür ist nichts mehr Doch, doch, der kommt wieder Habe ich mega angefragt von unten Nicht bekommen Über dir, Tommi, wurde auch gesprengt die Bann Äh, die Decke Äh, oben ist einer bei der Treppe Lass hier, die sind hier irgendwo Äh, die einer bei der Falltür Äh, okay, nicht mehr Äh Weil, ne, einer ist bei der Treppe Da, wo ich markiert habe Ja, mal markier weiter Äh, kann ich nicht mehr Äh, einer ist bei dem, äh, bei der Fenster Doppelfenster unten Ja Ach, komm Ja, der ist noch immer beim Doppel Ja, da, der kommt jetzt rein Einer hat, äh Falsch hier, falsch hier Falsch hier Ja Ah, dimmig Fuck Von Küche auch noch Ach, man, wie viel hält der aus? Alter, wie viel hat der scheiß Fetscher ausgehalten? Oh, viel Ich hab da keine gute Position in der Ecke, wo ich war Aber die haben lange gebraucht Ja Hm Wahrscheinlich bräuchte er mir Granaten, wenn ich Tobi, nehmst du noch was zum Ausspringen mit? Ja, normale Sprengladung, ja Ja, okay Ich hab auch zwei so oft angefragt wieder Anhand die Back oder so Dann hab ich ihn angefragt Gleiche Pose Äh, Kapkan ist schon ein Grundzimmer Ja, gleiche Pose Ja, Puls natürlich Habt mich alle identifiziert, ja Oh, da müssen wir dann noch Die Falltür ist offen Okay Oh, das ist hier umlaufen Wenn wir hinten reingehen, müssen wir aufpassen, dass Puls nicht unten chillt mit seinem Scheiß Ja, da ist auch Kapkan Das Zimmer selber sehe ich gerade keinen Da kann man nicht rein, Kapkan, du Idiot Der hat hier vorne dieses, äh, über dieser zweiten Garage an das Fenster in der Falle gelegt Ja Stark Die haben ne Falltür aufgemacht Ja, das sagte ich vorhin schon Ja, einer ist im Raum, also Ja, im Raum selber Oh, warte Hier das Fenster ist schon offen, zu diesen Trophäenraum Ja, das hat, das hat passiert Das hab ich gemacht Pass auf, dass unten Puls nicht drin ist und ich jetzt wegsnackt Wie gehen wir vor? Durch Trophäenraum, würd ich sagen Da ist einer, da ist einer drin noch Unten war keiner Ich hab grad da mal geguckt Ich hab ihn angefragt, der sitzt da Ich bin jetzt rausgegangen, wenn er jetzt alles schnell reingeht, aber aufpassen wegen, äh, Falle Ah, der kommt wieder rein Oh, der ist im Flur Zu oben sieht's auch noch welche Ich hab schon regen gehört Ist auf Kapkanenfalle, ne? Eine Kapkanenfalle hab ich schon Ist die an dem Fenster gewesen? Bei mir, ja, hier Ah, der hockt jetzt in der Küche Schon gethatchert, Lukas? Äh, ne, noch nicht Muss ich denn? Na, mach jetzt mal Drohnen durch Ja, musst du Gleich rechts Gleich rechts von der Tür Jo, hab ich Man muss noch einen Moment warten Zu zweit jetzt Jetzt zu zweit, Vorsicht Ja, jetzt Ist offen? Ich drohnen mal aus Moment Nee Nee Ah, unten Puls Unten Puls, äh, zum Keller Der ist wieder rein, der ist wieder rein Schon wieder drin Ich kann die nicht töten gerade, ey Neun live Wer ist markieren? Ne Einer ist hinterm Tisch Einer ist hinterm Tisch da Einer Einer, äh, rechts vom Tisch dann War vorne, vor der Pflanzen noch Bein, hinterm Tisch Ja Das war gerade oben, Balkon Nein, ist gleich rechts Der schaut nicht dahin Wenn du rein Ja, nein Jetzt geht es hinterm Tisch Mit wem redest du? Rechts vom Tisch Äh, wer ist denn da reingeschossen? Mit Piva Jetzt rechts vom Tisch Oder jetzt in der Richtung Vorsicht Im Keller ist einer Oh, da ist noch einer Nein, hab ihn nicht Ich hab keinen ganz rechts in der Ecke Da Nice Oh, Hilfe, der kommt rein Wegen Ablauf Ja, ich musste nachlanden Hinter mir, hinter mir Schönen Passi, hast der Kapkan auch gut geholt da Gut, gut Nachdem der mich da ungeschossen hatte Kommen die nicht von oben, von der Falltür aus? Mich, ja Weil Puls kam dann später auch noch genau von der gleichen Position Haben wir noch zum Glück gut gerissen Später dann einfach mutig Gern, haben wir die noch gesnackt Jetzt wissen, dass er Ähm Besser, oder was? Können wir gerne nochmal probieren Aber ähm, ich hab übrigens diesen Trick von unten durchschießen Hab ich schon gemacht, Lukas Ja, ich geh diesmal auch raus aus dem Raum Drei waren da zu viele da Drei waren da zu viele Drei waren da zu viele Okay Die haben direkt ihr Doppeltier aufgemacht da Ähm, dann kannst du schon nicht mehr da in der Ecke sitzen Dann haben die auch oben die Decke aufgesprengt Also drei sind da definitiv zu viel Ja, aber trotzdem wieder Kars hinter dir, ne? Ja Ja Ah, ja Ich kann auch aus dem Raum rausgehen Ja, ja, Lukas geht auch schon Also ich geh Okay Eine Drohne steht auf der Pfeiltür Ich krieg dich Fragty mit meinem Strom an Ich krieg mal Kameras Jo Hallo Äh, Tommi komm aber Tommi komm aber Fragty ist down Ah, ist okay so Auf jeden Fall da wo du liegst ist auf dem Drohnenloch Da können die vielleicht rein sprayen Tommi Ja stimmt, ja Lieg dich am besten hier auf das Blumenbeet Ich glaub unten in der Bar ist es aufgegangen Ich glaub unten in der Bar ist es aufgegangen Kommt was Oben Über uns Oh, stirb doch Nice Ist noch wer? Wer hat die Kommt da hin aus zu Vollt hier, vollt hier, so fünf Vollt hier, vollt hier, so fünf Sieben haben wir nicht mehr Stellsender gekriegt Das, nur eine Drohne Eine Drohne Trophäenraum wurde aufgeschlagen, ja Ah, ja Trophäenraum Ja Das waren drei der beiden, die schon tot waren Ja, ich hab ihn im Blick, aber ich glaub der ist weg Okay, nice Ah, Blackbeard Ja, das waren die, die schon tot waren Äh, wo ist Blackbeard? Äh, draußen bei dem Fenster Ich hab Turmite Ah, sie haben gefetschert Turmite, Turmite ist tot, Turmite ist tot Ja Komm da nicht durch Schön Der war auf der Treppe in den Keller Hinten Richtung Trophäen Jetzt kommt der rein im Trophäenraum Ist drin, der ist drin Ja, dann mach ich zum oben still Ja, ich komm mit dir Blackbeard kommt, äh, zieht nach Blackbeard zieht nach Ich mach von der Treppe Stress Ich bin in der Küche jetzt, alles bin ich, ne? Nicht wundern Ja, ja, ja Ich seh da beide Ich glaub einen hab ich Ich weiß nicht, ob ich beide angefragt hab oder noch einen Ich hab beide angefragt Ich glaub ich hab auch einen angefragt Da war wieder einer Jetzt schießt sie mich zurück Ich lenke die aber weiterhin ab von hier Ja, nochmal nachladen, die die jetzt drin sind nochmal nachladen, weil gleich könnten die rein Ja Ich muss auch nochmal nachladen, das heißt die können jetzt los Ja, ich glaub die laufen auch Ab nachladen Jetzt müssen sie Es könnte sein, dass ich gleich sterbe, weil die schießen grad knapp nur vorbei Aber ist egal, ich halt die auf Eine hab ich Küche Nice Hast noch einen geholt, den ich angefrackt habe Sehr gut, sehr gut Gute Verteidigungsrunde Ja Na, jetzt Blackbeard was, also den schon gefrackt hab Die Nuten, ey, die Nuten So Jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir Glück haben, dass die vielleicht nur zu dritt verteidigen Wir sind nur noch zu dritt, ne? Oder heute? Ja Und da scheint so die Harmonie nicht ganz zu stimmen Nee Vielleicht hat der den auch nur beim Kamera-Kaputtschießen getroffen Ne Mach Jo, sind die wieder zu dritt Nice Vielleicht müssen wir die Runde holen Aber nicht übermütig werden Oder überh- 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 Überhastig hier, sondern bar ist clean was auch clean nach oben auf diesen leiter trägt da oben nicht die leiter hoch ohne dass da einer guckt ob deine fenster steht oder dass da irgendwas im idioten t4 gegen die castle wand wirft und damit zwei holt und zwar ein wir sind die bibliothek aktuell ist hier glaube ich gar keiner im raum sind ein doch der puls ist der puls und kapkan sind das schade meine drohne ist kaputt gegangen glaube ich richtig die granaten das war ein bisschen bisschen schnelleren zugruf machen die waren eher links also bei dem nebenraum mit dem ganz kleiner macht einen fenster trägt an du hast du hast keine drohne mehr die ist kaputt gegangen aber ich kann da schnell wieder das nicht durch rein ich muss auch durch kapkan ist hier links in der eck im raum und bakery links hinten ja ich habe ihn markiert nur kapkan ist hier noch moment der ist jetzt doch der ist immer noch schön da und dann ist keiner drinnen dann wenn du da durchs fenster guckst du schon ob ja die kommt von hier dann die kunst kriegen ja die sauer auf das was wir haben es leider nicht markiert bekommen eine saubere spotting leistung gerade weggeguckt gerade ja und meine meisten granaten ein bisschen härter bitte jetzt gehen wir nach unten jetzt brauchst du eh bandit ne dann muss ich dich denk dran mir wieder eine schöne kamera rauszuwerfen und in der kamera mir an können von wo die termite ladung dran ist kann ich leider nicht machen ich bin unterwegs ja das müsste dann daniel oder tommy machen oder alle einer von den defensiven ja dann kann ich bitte ja ok mache ich muss aber aus der richtung von muss aus meiner perspektive nennen ja fallteam mache ich auch noch dazu ach ich mache zwei fallteam ich mache nachher neben rein ja immer eine wand muss er da hinten eine wand machen achso wieso machst du denn da hinten eine wende tommy ja gut uns fehlt keine wende uns fehlt keine wand mehr aber ja da einmal da haben wir das so gemacht ja bei 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 denge vielleicht bei geisel wahrscheinlich bei beinkeller ist die granate ist gut rausgeflogen guck mal gleich nach ich bin dabei naja haben noch eine zugeworfen noch eine zugeworfen noch eine andere zugeworfen ja die zweite ist besser naja geht die zweite ist optimal ja die die zweite ist besser ok sag wenn die da kommen ich brauche gegen c4 ja bisher ist hier noch keiner immer noch ruhig hier kommt anscheinend keiner keine na warte noch die wollen nicht die wollen nicht ne 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 ja gut dann kommt da vermutlich nix ne na Tommy du stehst eigentlich nicht optimal für kameras stecken ja geht raus ja ich ich guck mich hier jetzt nur ein bisschen woanders rum vor garage ist immer noch aufpassen dass die nicht von Weinkeller kommen noch keine kamera zerstört kein gar nix ne ich hab hier eine castle Tür hin gemacht also die müssen auch sprengen die machen gar nichts die macht gar nichts kapisch ah oben jetzt gehts los ah ne die haben da die Einzeltür aufgemacht bei dir Daniel Daniel komm aus der Kamera raus ja bin draußen aber ich hab ne Granate hier ja von wo das denn ja nicht vom Weinkeller vom Weinkeller waren die schon genau in die Ecke ne Granate ah Tommy du bist offensiv jetzt ne musst du aufpassen ne Tom ich stehe auf der Treppe ja dann kann ich ja weiter Kameras machen ah Blackbeard ja vielleicht Weinkeller noch ne Kamera zu haben wäre cool gewesen ja ich hab mich jetzt ich hab jetzt Light ja nicht geworfen weil ich wusste nicht wie man hier spielt zu wenig ist ok ist ok probier den bisschen einzukäseln ich geh jetzt hinten die Fallt hier runter nice boh mir den Kart von 3 Seiten vergewaltigt ey noch der andere ist da auf granate granate ja da kommen auch noch Schüsse davon schlipp schlipp an der selben Stelle wir haben gut angefangen oh ah ja ja naja mit mehr Glück als verstanden ich dachte der wäre in den kleinen Raum und wollte gemütlich dahin gehen zack 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 gemütlich hingehen ah da kommt ja einer na gut die letzten Runden waren natürlich jetzt easier ja auch sehr gemütlich aus ne war sehr gemütlich aus sah gemütlich aus ja ja hat es doch genau so angefühlt vorte mal du hast schon mal einen kaffee oh wieder warte mal ey warte mal ey warte mal ey wir haben gewonnen ey warte mal ey warte mal ey warte mal ey warte mal wuuh ich bin gold eins wuuuuh gold 3 wuuuuh 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 oh tschuldig kein stress was denn mit tommy müssen wir rausgehen weil er sich kaffee macht ne 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 ist ok und beim luxemburger weiß ich nie ja pass die bei dir auch ne höre ich bin recruit oh mein gott ein fisch auf wüste aber zum glück bereich sicher dass es ja gut dann gehe ich gleich dahin richtig und alle von von dingstern und gerade in der trümmel eine dinge der rase machen Riecht die Alte wie ein Fischkutter, dann Butter ihre Mutter. Aber wie wir auch direkt davon ausgehen, dass die Keller sind. Ja, wie Frost. Zurecht. Bakery. Zurecht. Oh, Lukas, das ist hochkonzentriert, ne? Der würde sich endlich besiegen irgendwann. Ja, wir haben doch zuletzt einen Kammer. Rook, Puls und Kavera. Und Frost. Ach, Frost hast du schon. Wer fehlt denn noch? Ich habe Macken gesehen. Lukas, hast du doch... Nein, dann kriegt die meine Drohne auf den letzten Meter. Er hat doch Frost-Matteleber draußen gelegt. Mh. Müsst du da aufpassen. Lukas, direkt Drohne? Jo. Die Kamera schon? Oben habe ich Kamera nicht gehört. Tür ist zu. Hinten, äh, ein Serverraum ist zu. Äh, der Raum ist auch clean. Äh, aber Treppe kommt einer sein. Ja, Treppe ist weg. Treppe ist weg. Ja, Treppe ist weg. Ja, die kommt. Ne, kommt auch nicht. Die, die fährt bei EMA runter. Die steht hier direkt um die Ecke. Pass hier, in der Drohne. In der Kamera, in der Kamera hier. Pass hier, direkt um die Ecke. Snack dich, snack dich, snack dich, snack dich. Äh, jetzt raus, 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 raus. Boah, nein, die Daumen. Hab sie bekommen. Ich würde auch sagen, die Daumen. Man, genau als du um die Ecke warst, ging die raus. Die ist down. Ich hab die Daumen geschossen, ne? Die ist down. Ja, ja, ja. Hast du die schon gesnackt? Achso. Ist aufhinteres auch aufgegangen. Daniel. Ja, okay. Daniel hat doch... Fuck, genau als du um die Ecke kamst, die rausgegangen. Hätte ich aber die Granate geworfen. Denke ich nicht daran. Ah, fuck, da hab ich auch nicht dran gedacht. Scheiße. Ich hab auch erst nicht dran gedacht, was du meinst mit... Direkt in der Drohne. Versucht du seinen Frosten, Sir. Drohne? Ich wurde entdeckt. Versucht du seinen Frostmord. Ja, Sir. Du hast schon so gesehen. Äh, ich kann die Drohne nehmen, Lukas, ne? Okay. Daniel, dann drohn... Daniel, dann drohn du mal in den Raum vor. Egal, ich spreng noch. Ja. In den nächsten Raum. Oh, ne, man. Na, mach dran da alles. Jaaa... So, Serverraum ist auch ganz hinten bei den, ähm... Aber hier sind halt Löcher, ne? In der Wand. Warte, schuldfrag. Roter Raum ist Puls gerade. Der guckt hier gerade durch eins der Löcher, beziehungsweise durch die Wände mit seinem Teil. Ach, schuldfrag. Dafür ist bei Geld gerade keiner. Ahja, stimmt. Sicher den markieren, Lukas? Ja, mach mal, mach mal. Was? Ne, 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 der... Jetzt geht der zum Gatingens. Ist wieder roter Raum. Ja, der steht hier noch. Hier, der steht genau hinter der Wand. Ja, down, down. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, hinten bei einer Aufziehung ist einer. Ist einer, das ist Kavira. Sonst... Ist hier erstmal clean roter Raum. Der letzte könnte im Raum selbst sein, ne? Daniel, spring mal hier, äh... Shuttle links, Shuttle links. Ja. Bin unterwegs. Jaaa. Nice. Jetzt machen wir hier den Raum auch. Ah, der Ding. Ah, die Ferozy. Wo war die denn? In der Ecke. Äh, im Raum selbst. Ach so, im Raum selbst. Jetzt von drei Seiten. Ja, ich habe sie. Ja, schon. Nice, schöner Angriff. Ach, der Fisch. Der kann auch nichts mehr. Boah. Boah. Ich habe wirklich nicht reagiert, ne? Ah, wie bitter war das. Die, die habe bestimmt irgendeine Kamera gehabt, da drin. Jaaa, das könnte sein. Jaaa, das könnte sein. Das könnte sein, dass die dich dann da gesehen hat. Äh, brauchst du Bandit hier? Ja, je nachdem, wo wir hingehen. Wo gehen wir hin? Archiv? Ach, Schalter unten. Ach, Schalter unten, oder? Ja, das könnte er schon auf Valkyrie nehmen. Ja, dann nimm Valkyrie, dann nehme ich Jäger. Wohin? Archiv. Also. Weitertiere. Baaah. Da, 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 da. Drei, vorkriere, ja. Ne, Lukas denkt an die Kameras, ne? Nicht, dass du jetzt denkst, ey, Bandit. Ja, ja. Ich mache zwei Wände und dann gehe ich sofort verteilen. Ich mache zwei Wände und dann gehe ich sofort verteilen. Falsche Witze im O-C-M-H-H-H-H-H-H. Spiegst du auch offensiv oder bleibst du dann hier? Ich bleib dann offensiv. Okay, dann müsst ihr drei defensiv. Müsst ihr euch das bisschen organisieren. Ich geh vorhin noch raus, ne? Ah, ne, warte. Ah, fuck, die konnte ich ja noch gar nicht rauswerfen. Ah, ich Idiot. Ciao. Ich bin's dran. Ja, auf der Position kriege ich aber auch alle Wände verlässt. Ergebnis, du musst aber auch, äh, Tommi musst auch ein bisschen defensiv spielen, ne? Weil wir sind zu uns zu zweit offensiv. Ja, ich komm wieder zurück, ja. Ich geh wieder zurück. Ich mach zu, ich mach zu, ich mach zu. Ich mach zu, nein, nein, nein. Tommi, beeil dich ein bisschen, das ist schon... Ja, ich bin's fix. Ja, gut. Äh, hier ist die Tür noch offen. Ja, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Zwei vorne, einer hinten. Bis vorne, bis hinten. Also zwei hier in dem Raum und, ja gut, dann mach ich, ich nach hinten. Egal, ja. Wow, da vorne ist... Da ist einer mit Schrotze. Turmite ist da, schön. Ich hab Turmite da. Oh, fuck, ich wurde ein Hullfake. Da ist einer mit Schrotze. Hinter da auch einer. Naja, ich kann noch jemanden aus. Ne, 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 da ist drinnen, drinnen. Ne, ne, ich mein's nicht, Arli. Oh, das hätte ich auch nicht. Ah, scheiße. Aber das leider... Hab ich... Ich wollte die eigentlich genau so werfen, da... Äh, einer ist genau da. Schön, 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 schön. Einer ist noch in der großen Lobby. Zwei Stück noch in der Lobby. In der Lounge. Also in der großen Lobby. Capital und, äh, Blackbeard. Der ist im Nebenraum, Pasi. Der ist im Nebenraum und Blackbeard ist genau da. Oh, 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 schnell weg. Ich bin aus der Kamera raus, ne? Hm. Kleine Lobby ist noch nix, würde ich sagen, was clean. Wenn ich das beurteilen könnte. Oben. Ja, Kapital kam denken jetzt. Kameras machen, wenn ihr möchtet. Ja, mach ruhig. Oh, Blackbeard, Blackbeard. Oh, fuck, jetzt kam mir von hinten in den Fenster. Den Spawnpunkt-Fenster. Was ist denn? Der hat mich eingekesselt. Nein, 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 nein. Ich mach Kameras jetzt. Vorne kommt einer, vorne alle. Ich hab markiert in der großen Lobby. Ja, ich kann grad nicht. Mit dem Blackbeard. Ich hab ein festes Mieterleben. Kapital ist in der großen Lobby. Oh, nein. Kommst du zu den Zügen. Oh, Mann. Kapital ist in der großen Lobby, Lukas. Der kommt rein, der kommt rein. Der geht rein, Lukas. Äh, Tom, äh, Daniel. Der ist im Archiv drin quasi. Und der liegt einer down, nicht einer down. Der hält den jetzt gleich. Der hält den hinten. Geh ran, Lukas, hier ran. Wo denn? Wo denn? Jawohl. Jawohl. Ach so, hier hinter. Ich hab auch Blackbeard vorher down geschossen. Kein Thema. Wusste ich. Hat'sert. Hat'sert. Oh, ich hab vier Assists in der Wunde gemacht. Ich hätte nicht, ich habe eigentlich einen Eichstück gemacht. Alle angefrickt. Ich will gleich nochmal direkt jubilieren, ne? Ja, ich auch. Ja, wir gehen sowas vom Keller. Wir gehen jetzt eh noch mit 3x Keller, weil wir 3x verlieren. Äh, da wird dirty. So, die freuen uns bestimmt so. Boah, wir haben 1st-Runde-Follow. Das heißt, wir können jetzt nochmal Keller gehen. Wie geil. Boah. Irgendwann gewinnen wir diese Eindruck. Boah, check deren Pings. Boah, läuft bei denen. Die sind so high, die sind der high, wie du, äh, zusammengerechnet. Ich glaub, das ist ein holländisches Team. Ich war direkt Keller. Ich war auch nochmal direkt. Norwegen, Schweden, irgend so. Ja, genau. Ich hab's bei den Drohnen, das ist schon ein Bug, das war oft, ne? Wollen wir das gar nicht mehr. Nein, ich bin Valkyrie. Äh, Keller, Keller. Ja, ja, ist schon. Wir haben Puls, Valkyrie. Bandit, äh, Frostbeater. Äh, Kaguera ist da auch. Kräger haben wir davon verlaufen. Äh, die neue haben sie. Okay, und noch der Bandit, ja. Äh, hier, guck mal, alle da in der, da in dem Feuerwehrauto ist nur, ist nur, ähm, Camero. Ich meine, eine Drohne direkt hier bei der Treppe lassen, Lukas? Ja, kannst machen, ich hab meinen hier auch safe gestellt. Ah, ne, wurde, wurde geholt, wurde geholt, sorry. Ich hab meinen aber hier safe. Ja, äh, kündige sofort an. Puls ist hier, der wartet mit seinem Sensor direkt vor dir. Also direkt am Eingang des Loches war der. Feind draußen, ja. Bei der Doppel, bei der Haupttür ist was. Bei der Haupttür ist was. Ja, dann würde ich woanders lang gehen, also würde ich hierbleiben und... Puls, äh, die liegen da zu zweit. Valkyrie und Puls. Hinter diesem Tisch. Kerl, da muss man immer drückmachen, ne? Ja, dann, dann, dann lass uns den Druck woanders. Vorsicht, Puls, kriegst du da eine Drohne, Kamera, äh, eine... Granatze hin? Ja, aber, aber... Jetzt wird das in der Kamera abgelenkt. Wobei, Valkyrie nicht, Valkyrie nicht. Ja, ne, dann, 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 dann lass uns den Druck woanders. Ich bleib hier. Dann, dann geht von oben weiter rein. Vielleicht über den, über den, die Falltür. Okay, kann so auch kommen. Kallos frei. Aber pass, ob Tiere sind allo. Ja. Da hinten ist eine Kamera. Ja, du musst noch... Kannst, ach, die haben die, die, die haben die Falltür hier oben aber verstärkt. Ja, kann gar nicht aufmachen. Ja, ich bin hier, heißt. Oh, kommt die, die hätten das, äh, bessere Scheiße mit der Schrotzlaufe rausgelaufen. Das kann nicht sein. Wo ist die Valkyrie-Kamera? Ich hab sie, ich hab sie. Ja, okay. Wir lassen ihn jetzt einfach Killer gewinnen. Ja, dann werden wir einige Probleme los. Niemals! Oh, Scheiße, heiße! Ah, fuck, fuck. Ich rüber. Ah, dann prack ich die nur an, ey. Warte, warte oben an der Tür. Ja. Na, wart. Ja. Na, ich lass den mir in der Tür. Vorsicht da, nicht so nah an der Tür zeigen. Schäst du schon? Schäst du schon? Ja, die ist gerade runtergelo... War das Valkyrie? Ja. Die Löcher in der Mauer alle, ne? Ja, die ist ja gerade wieder in diesen Server rumgerannt. Links. Ich würde sagen, alle da sind noch Löcher in der Wand, ne? Da sieht die früher. Ja, watsch. Fucking Pult. Scheiße. Nur eingeframt. Oh nein, dann ist der NG egal. Einmal rechts, einmal links von der Türbin. Da hinten. Da, 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 da. Da ist leider im Schuss. Aber der, der, der ist killgeil. Ich hab ihn getroffen. Also, ich bin angefragt mit der Granate. Ja. Ich mein, Pult ist hier noch irgendwo, Lukas. Ah, durch die Wand, durch die Wand, durch die Wand. Oben, um. Küche kam, einer. Willst du noch ein Lö... Willst du noch ein Lö-Dung, Motänger-Waff? Ja. Wir haben nur noch eine Minute. Mach care, mach care. Ah. Ah, pita. Kannst mit. Oder von oben. Irgendwo könnte jetzt was kommen. I'm out! Was? Ja, nur unter eine Minute. Oh, dass die durch geriert. Oh, lol. Oh, Schleim im Wren. 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 Okay, nice. Ich spring schon runter, ey. Valkyrie ist bei mir. Wenn ihr Frost schnell holt, Valkyrie ist bei mir. Mach Druck, mach Druck. In den Raum. In den Raum. In den Raum. Alle, mach auf das Fenster im Raum. Oder da die Wand. Und Attacke. Die Treppe, 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 Treppe. Hier ist die Treppe, Treppe. Geh rein, geh rein, geh rein. Vorsicht, Prost. Vor der Tür. So, pass auf, sind die das Fenster, ne? Das kann man auch schließen. Noch ist die hier bei der... Die kommt, glaub ich, zu mir erst. Nee, doch nicht. Nein, die ist drin. Oh, nee. Nee, ich hab die Falle nicht gesehen. Prost, 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 Prost. Prost, 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 Prost. Prost, 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 Prost. Prost, 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 Prost. Ne, ist wieder... Ja da. Nice. Ich hab die da gar nicht gesehen gerade. Ja, die konnte da nur in der Ecke sein. Ja, ja. Ja, es könnte doch wieder rausschwungen sein, ne? Ja, stimmt. Nee, nee, da war ja umkämpft, war ja umkämpft. Ja, ja, stimmt, ja. Boah. Das war jetzt echt der Arschknapp, ey. Aber gut. Ja. Kann man jetzt irgendwie und schließfächer. Mit der Schluss happerte ein bisschen, aber... Also schließfächer spiel ich was anderes. Da spiel ich dann... Das brauchen wir dann mal am besten. Hm... Das sieht doch komisch. Ich muss ja welquery spielen. Da spiel ich ein bisschen defensiver, ne? Jop. Ah, Mann. Ah, Kaffee hilft. Äh, ich mach zwei Fight-Tieren. Okay, dann brauchen wir noch eine, oder? Ja, wir brauchen einen roten Raum dann. Mach gar nichts. Ihr seid scheiße. Wir machen einen roten Raum, oder? Äh, nur eine Kamera, bitte. Äh, also ja. Also nicht darf ich... Hier, hier. Den Gang machen wir. Hier, hier brauch ich die Wände. Oh. Oh. Äh. Äh. Haben die eigentlich relativ schnell angegriffen, oder relativ langsam? Äh. Gegen. Gegen. Zufall. Zufall. Äh, hier fehlt noch ne Wand. Wir brauchen noch ne Wand hier. Ja, hier hinten wo ne Wand. Ja, ich mach, 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 ich mach. Wo? Ah, da. Roter Gang hier. Ja, ja, genau. Ich glaub, es ist noch ne drinnen, im Raum selbst. Also Vorsicht. Ja, ja. Ich guck, da oben ist er, ja. Hab sie. Und raus, raus aus dem Raum, raus, raus, raus. Ach, ich mach hier nochmal die Tür zu. Dann... Schöne Idee, ne? Keine Ahnung, da kann man was machen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, da kann ich mal ein Fenster raus, lieber. Komm, komm. Ja, aber man kann Dani machen, Dani ist ganz defensiv. Krus. Kann man was? Kann ich gucken, oder? Kann ich gucken, oder? Ja, warte. Nee, 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 mach ich. Okay. Dani ist noch ein anderem Raum, ne? Es ist besser. So, außen Kameras sind schon zwei down, die an vorne und die ins Garage. Garage sind die schon drin, zwei Blackbeard und äh, Capitano Fuse kommt da auch noch. Also, äh, zu Fürth sind die sogar hier. Garage? Ja, Garage, alle vier drin. Einer steht jetzt vor der versteckten Band neben der Doppeltür. Ja, zu Fürth. Oh, fuck. Na Vorsicht da, ne, weg. Geht weg, geht weg, geht doch einfach weg. Oh, man. Da müsste zumindest die Kamera geholt. Ist immer dieselbe Position, ne, alle. Fuckin' Deal, man. Einer kommt hinten durch. Abbein. Fuck. Roter Raum ist der jetzt, der ist im Silver Raum. Äh, Ash ist das. Der hat jetzt neben dir aufgesprengt. Ja, Ash ist da. Tommy. Und Luke da durch die Tür halt. Passt die nach hinten auf, die Ash? Jetzt ist er aber wieder weggegangen. Ja. Ja, die kann zu dir kommen, du kannst. Ist wieder rausgegangen. Moment, die guckt jetzt noch hinten in den Serverraum. Guck die zur Treppe. Nein, die ist jetzt an den versteckten Bänden zum roten Raum. Drohnt jetzt ein bisschen. Ja, sie drohnt. Sie drohnt. Ja, die drohnt. Jetzt guckt die durch die Tür. Sie guckt jetzt wieder, sie guckt jetzt. Pass auf. Jetzt kommt die rein, die ist drin. Okay, jetzt kommt die wieder in den Raum rein. Jo, habt ihr. Sehr schön, Lukas. Danke. Doppeltürer ist einer reingekommen. Äh, Blackbeard ist auch jetzt im Serverraum. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Aber ich glaub, musst du nachladen. Oh nein, ich muss nachladen. Oh, klappt. Er geht jetzt Richtung Server, also Ding. Baus Serverraum. Äh, einer ist Treppe. Ja, genau, aber der wie wir. Ach, scheiße, ich hab jetzt alles einmal angefackt oder so, ne? Der ist wieder runter, der ist raus wie der Keller. Der ist wie der Keller. Äh, wie wir. Ja. Garage, ja. Ah, scheiße, Blackbeard ist drin. Ne, jetzt ist der, ja, ist wieder raus. Der ist gerade wieder in den nächsten Serverraum, wo der... Er kommt wieder, kommt wieder. Äh, Flur, pass auf, Daniel. Kamera, raus. Ja, jetzt ist drin, Blackbeard ist drin, Blackbeard ist drin. Zu spät. Nicht Blackbeard, jetzt ist auch Blackbeard drin. Ach, ich hab' da noch das Schild geschossen. Oh, nee. Scheiß, vielleicht noch mal bei der Treppe, dass die Schild-Button kriegen, ne? Ist echt scherf. Ja, nee, ich wollte, äh, da hat jemand... Ja, ich sag dir, ich sag dir da eigentlich immer wieder, dass die die bessere Position haben, wenn du da liegst. Nee, ich wollte nur ein Loch da draus, weil... Irgendjemand hat da eine Holztür da hin gemacht. Ja, klar hab' ich hier reingemacht. Ach, Junge. Ja, aber wieso hört hier noch nichts vor? Wollen wir diesmal über, ähm, über einen anderen, also, ähm, Termites... Über Garage mehr? Diesmal über Garage gehen. Denkt das Spiel, glaub' ich. Ja. Wirklich? Ah, scheiße. Ja. Ja, bei denen ist auch... Gleiche Fehler wie, äh, wie vor... Also, wie immer. Ja, so leicht summend, ne? Ich glaub' alle und ich kennen wie der Garage und ihr zwei, äh... Ne, wir genießen auch gar nicht so. Okay. Es hat jetzt zweimal funktioniert, die werden da jetzt, äh, total aufpassen. Mh, ne, die sind, ähm, Büro, also da, wo wir vorher verteidigt haben. Ach, laba! Das Bild meiner Drohne ist blau. Dann siehst du ja nicht, ne? No, dann hat Daniel ja auch ein Fehler. Wirklich? Das Bild all eurer Drohnen ist bei mir blau. Muss ja mal, denn dein Bild wird auch gleich blau sein. Ich hab grad mal nachgeklopfen, vielleicht sieht man das ja. Ja, ich hab grad mal nachgeklopfen, ne? Vielleicht sieht man das ja. Oh ja, das ganze Spiel ist bei mir blau. Ja, musst du neu starten. Aber es läuft auch. Mach's am besten jetzt, aber weil... Wow, da steht ja schon direkt einer. Ja, pass auf, die machen Lüchter durch die Wand. Wir haben jetzt Zeit. Lass die Nachtscheinen einfach. Ja, Puls kommt jetzt offensiv raus. Ja, drei Minuten Zeit. Das sterbt nicht so schnell, weil dann lass uns wenigstens noch nachgeklopfen. Ja, ja. Die nächste Runde. Ich mach einfach voll Gas rein. Ja, ich hab Türmache. Die sind fast alle drin. Puls ist drin. 1, 2, 3, 4 sind drin. Also einer draußen. Einer draußen bei der Tür. Da war bei der Tür. Also vier sind im Raum. Ja. Ab Jäger. Okay. Schön. Das war wohl der einzige Offensive, oder? Der war mittlerweile oben. Äh, soweit ich weiß, ja. Ja. Ja, ja, ja. Da war in vielen Raum. Ja, ich find's auch drin. Gut. Hey Daniel, kannst du spielen, so? Ja, das sieht zwar grauenhaft aus und ich krieg fast Epilepsie, aber okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, die eine Wand kannst du aufschlagen, alle. Die da. Die eine ist nicht verstärkt. Kann man sagen. Ja, ja. Habt ihr die Kamera da bei euch geholt? Ich nicht, aber... Ja, im Hauptraum ist... Ich kann... Ich kann auch Kameras zum Umlaufen irgendwie. Da ist verstärkt, alle. Da ist verstärkt. Das war... Wurde nur so reingeschossen. Und da ist verkastet. Woa! Ah! Puls ist da drin. Puls ist da drin. Ach, scheiße! Was für... Was denn? Kann da auch ne Drohne nehmen, Lukas, ne? Ah, Mann! Der ist noch immer da im Eck. Ja. Ja. Pass auf, Daniel, der ist noch immer da. 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 Boah! Kann der nicht sein! Ja, ey! Als ob da kein Headshot vorbei den 2-Buy war. Ja, guck mal. Da war doch voll Kopfhörger. hat man doch mal ja jetzt fliegt er noch von denen aus das schön ja bei mir spielen geblieben